Heute machen wir einen Tagesvlog, keinen normalen, sondern einen besseren, interessanteren und unterhaltsamen. Und was ich heute, was ich jetzt gerade zeigen möchte, ist ein Planche. Und zwar geht da folgendermaßen. Man ist halt hier so in so einer Position. Ihr seht mich doch, oder? Und man ist halt hier oben. Arme sind so ausgestattet und ich bin in der Luft. Das möchte ich lernen. Wenn ich ein Bild finde, werde ich es euch einblenden. Hier, hier, hier oben irgendwo. Mikrofon immer bei mir behalten, weil sonst hört man mich nicht so gut. Okay, ich zeige jetzt mal, was ich so zur Zeit geschafft habe. Meine Rekorde sind 15 Sekunden. Ich hoffe, dass ich jetzt mehr schaffen werde. Ich probiere jetzt mal, über 15 zu schaffen. 20 Stück, aber ich könnte noch mehr. Ich wollte da noch etwas machen. Und wir haben gerade so circa 26 Grad. Das bedeutet, dass wir jetzt Wasser trinken. Ja. Und jetzt wird es auch gepackt. Ja. Nicht? Immer viel Wasser trinken, denn sonst bleibt ihr dehydriert. Und das ist schlecht. Und was es hier noch zu essen gibt, sind hier Bananen. Aber ich esse die gerade nicht. Und zwar, hier sind meine Calisthenics-Ziele. Einmal hier Planch, Muscle Up, Clean, Frontlever, Human Flag, Wanna Pull Up. Und was ich noch sagen wollte, wenn ihr sowas sehen möchtet, hier auf YouTube, so von mir Planch, Transformation. Und wenn ihr so ein Video wollt, wo ich zeige, wie ich das hinbekomme, lasst mir dann 12 Likes auf dieses Video. 12 Likes. Und dann werde ich so ein Video raushauen. Wird vielleicht etwas dauern, aber ich werde es hinbekommen. Ich glaube an das Ziel und ihr müsst auch an eure Ziele glauben, wenn ihr was erreichen möchtet. Ja, lasst auf jeden Fall 12 Likes auf dieses Video. Bald fängt ja auch schon die Schule an. Und ja, ich... Hast du schon gelernt für die Schule? Nein. Hast du noch nicht für die Schule gelernt? Nein. Ja, okay. Ich habe auch noch nicht so richtig gelernt, aber Englisch. Ich spreche sehr gut Englisch, weil ich lerne das jeden Tag. Ich weiß, das war ein Schuss. Guck, ich lerne und lerne Englisch. Matze kann ich nicht so gut, aber ich glaube, wir müssen jetzt anfangen zu lernen, oder? Ja. Wir müssen anfangen zu lernen. Wir lernen jetzt einfach mal. Und was lernst du? Deutsch. Ich lerne auch Deutsch. Ey, weißt du, wir haben ja bald Schule. Ja. Wir müssen wirklich lernen für Deutsch, weil wir können kein Deutsch. Das ist Englisch-Durgen. Nein, das ist Deutsch-Durgen. Kennst du ja Deutsch-Studien? Ja. Ich kenne schon Englisch. Ey, wir müssen wirklich lernen für die Schule, weil das... Also bei mir ist das ja... Ich komme schon in die 9. Klasse, weißt du das? Ja. Deswegen muss ich Deutsch lernen, ich kann ja noch Deutsch. Ich komme in die 4. Kommst du in die 4. Ach so, stimmt. Ich bin ja auch in der 1. oder 7. Das ist ja richtig in der 9. Klasse. Ich glaube, wir dürfen das nicht lesen. Wieso? Es hört härter rum. Ach ja, das... Ach so, das... Ach so, das verstehe... Deswegen verstehe ich mich Chinesisch. Ich bin gerade das Video hier am Schneiden. Hier. Und... Esse dabei noch ein Eis. Und was machst du noch, Solli? Ja, er guckt Videos. Ja, er schneide hier das Video. Und esse dann noch das Eis. Und was sollen wir als nächstes machen, so? Vielleicht gehen wir nochmal raus irgendwo. Vielleicht nochmal in den Wald. Wir werden sehen. Oder auf die Bank da oben. Oder auf die Bank da oben. So spazieren halt. Und ja, bleibt auf jeden Fall noch im Video dabei. Und ja, da würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, ja? Ja. Ja. Wir werden jetzt hier essen. Was ist das, Olli? Keine Ahnung. Ja, irgend so was. Äh, Mama, was ist das? Kartoffeln. Kartoffeln. Teig. Kartoffel. Mozzarella. Ja, Kartoffel, Hefeteig, Mozzarella, so. Ja, ich bin... Ja. Ich bin gerade so, äh, Video am Schneiden. Und jetzt essen wir das hier. So, wir sind doch nett rausgegangen zum Wald. Denn wir haben pure Hitze. Oder, Olli, wir haben unnormale Hitze. Ja. Hier, 32 Grad. Wie ist das? Ja. Das war alles. 32. Und da sollen wir noch in den Wald gehen. Leider gehen wir nicht in den Wald. Aber was ich jetzt machen werde, ist, ich werde jetzt ein kleines Workout raushauen und an meinen Planche weiter üben. Denn wie ihr wisst, will ich das halt können und meinen Progression weiter steigern. Und dann fangen wir jetzt einfach mal an. Fangen wir an? Wir fangen an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay, wir werden jetzt doch zum Schluss mal eine Planche üben. Und dann war es das eigentlich auch schon mit dem Video. Wie viele Sekunden hatten wir eben, Olli? Äh, 20. 20 Sekunden. Ich bin jetzt hier ein bisschen ausgepowert, obwohl das gar nichts war gerade. Aber ich werde jetzt 20 Sekunden schaffen. Hoffe ich mal. Ich habe 13 gezählt. Ja, das geht nicht immer so leicht. Das ist halt auch manchmal verdammt schwer. Ja, okay Leute, an dieser Stelle war es das mit dem Video. Kurzes Video, kurzer Vlog, sage ich mal so. Die Bananen habe ich immer noch nicht aufgegessen. Uhrzeit. Viertel nach 5. In diesem Video ging es ja eigentlich nur so um meine Planche. Äh, um mein Ziel. Ich glaube, das Video werde ich auch nennen. Mein neues Ziel. Oder, ja, mein neues Ziel. So wird das Video auch heißen. Ja, teilt dieses Video mit euren Freunden. Liked dieses Video. Und gebt mir auf dieses Video 12 Likes, Freunde. 12 Likes. Damit ihr so ein Video, Planche Workout Transformation, sehen könnt. Und noch bessere Videos. Auf jeden Fall 12 Likes. Abonniert diesen Kanal. Falls ihr noch kein Abonnent seid. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ja, ciao Leute. Ciao. Ciao. Ciao.